Wie und warum zähl mich einen Otter? Der Otter möchte von dir per Hand gefüttert werden, aber sei gewarnt. Wenn du noch keine Rüstung besitzt, sind Piranhas vielleicht nicht die beste Wahl. Schlimmer als Bosse, Alter. Nun musst du den kleinen Otter nur noch anlocken. Ziehe dafür die Leiche zu deinem zukünftigen besten Freund und fütter ihn. Es dauert nicht lange und du hast ihn. Er ist ein guter Jäger unter Wasser. Das gibt dir nicht nur Nahrung, sondern auch sehr früh im Spiel Siliziumperlen und Schwarze Perlen. Ein Otter hat sehr wenig Leben. Ihn in einem Teich voller gefährlicher Fische, darunter auch der Lachs, zu setzen, wäre sehr fahrlässig. Otter! Wie wir hier sehen, geht das sehr schnell auf die Psyche. Du kannst dir deinen kleinen Freund um den Hals hängen. Mit ihm erhältst du einen Resistenzboost. Der Otter kann mit einem Hut ausgestattet werden. Leder, Chitin, ein Bergarbeiterhelm oder ein Swat-Helm, mach aus ihm einen Sauberer. Steigere seine Coolness. Gib ihm die verdammte Tollwut.